willkommen zurück in der chaos fabrik eines matze ja mal gucken vielleicht nicht ganz so sehr kauf also was habe ich gemacht ich habe mir hier auch so ich muss ja sogar runterfahren hier ist meine schmelze einen moment das ist erst mal egal ich habe etwas falsch eingestellt weil ich habe jetzt hier keine ansorte ohrsmeers gemos sondern tatsächlich schon getrennte die ich anscheinend dann irgendwie so schon rauskriegt das natürlich scheiße okay finde ich irgendwie nicht so ganz toll bist gebaut so was aber noch gemacht weiter runter wird der kupfer wir zerstören unser auto die roboter funktionieren gut kupfer führt nach unten der alter ja gott sagen haben wir genug werkzeug eisen wird hier oben irgendwo schon getrennt da genau weil nämlich die ersten platten hier schon reingehen alter ich habe es aber auch drauf um hier zu verarbeitet verarbeitet zu werden in zahnräder die erste verarbeitung das ist noch nichts richtiges es geht nur darum dass ich welche habe ganz einfach die firma jetzt mal so ein stück weit nach unten die müssen noch gar nicht weit gehen so dann habe ich hier eben mein noch mal eine schmelze mit glas ich glaube die letzte mal schon gezeigt also quaz zu glas schmelzen da wird dann auch noch reinkommen die erste solder produktion lötsinn was jetzt für richtig funktioniert hat dank eben diesem wie heißt der mod ez library oder so funktioniert das richtig mit den stack größen so weiter runter lassen wir das auto mal da stehen ich mache es kaputt ich habe mir einen bus vorbereitet die grundlagen schon mal beginnen von unten das schauen wir uns gleich mal an was da alles los gehen soll wenn man jetzt hier drauf schon heißt auch nicht mal ansortet sondern da steht direkt drin wie viel erz von was da drin ist das ist irgendwie doof ist dann jetzt mal so dann haben wir hier unsere baumplantagen hier mal wasser das führt hier rein hier jetzt versorgt den würde jetzt nur praktisch fehlen setzlinge so die setzlinge habe ich drüben ein paar bisschen holz von hand reingeballert hier in die fabriken die haben ein paar setzlinge produziert die führen wir jetzt hier rein die nächsten die dann hergestellt werden werden selbstverständlich automatisch aus dem holz hergestellt was dann da jetzt rauskommt so jetzt fangen die erstmal an hier ein bisschen ich hoffe da kriegt auch jeder genug weil braucht zehn setzlinge es ist die frage naja ok also der letzte der kriegt genug weil alle anderen da ist es vorbei gerast aber die erste fabrik wird laufen der da läuft schon die zweite das ist sehr schön da läuft die dritte das ist und da läuft die vierte vier fabriken laufen bringen mir jetzt gleich holz das heißt ich werde hier rauskriegen 60 mal holz das lassen wir erstmal alles gar nicht trennen sondern alles hier drüben wieder rein und machen das jetzt linge draus so hier ist unser bus vorbereitet so im groben so weitermachen ich erzähle euch was los sein soll hier so eisen 1 2 3 1 2 kupfer 1 2 stahl einmal was war das solda wahrscheinlich also zweimal weiß ich war holz soll holz sein was soll das hier sein glas ja solda und so weiter wie noch gar nicht aha oh man das wird so grausam gut ja und jetzt müsste ich eigentlich weiter forschen weil ich brauche um effektiv vorwärts zu kommen die kleinen maschinen die kleinen maschinen verstecken sich aber hier hinterher so das heißt ich mache es mal weiter elektro leiser erforschen starten das kommt dann nicht hin das kommt dann hin das kommt dann hin und mindestens das kommt dann hin am besten dann auch die elektrotechnik um mir eben den ganzen scheiß zu bieten los geht's ich hoffe dass wir das alles schaffen mit dem was da drin ist sollte aber nicht funktionieren dass er nämlich immer noch 300 jahre das passt schon gut hier soll dann hergestellt werden die ersten pakete auf die habe ich mir schon ein bisschen vorbereitet wir haben ein jahr mittlerweile sogar fünf megawatt abfrage aber geht so nahe inserter also kann man die inserter jetzt konfigurieren auf dass er das nahe band beliefern sollen zum beispiel ganz nett alles schön machen weiter und da kommt das holz rein das heißt jetzt werden diese maschinen mehr hier setzlinge produzieren barm barm los geht es das ist alles noch nichts richtiges das funktioniert nicht schön alloy processing also legierungen damit kann ich dann glaube ich schon die erste legierung machen die wäre bronze genau bronze natürlich aus kupfer und zinn messing wäre ja kupfer und zink so los geht das so und dementsprechend laufen jetzt gleich noch mehr von diesen fabriken barm 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 und los geht das aber wie schön jetzt laufen schon sechs stück sieben acht neun zehn elf zwölf 13 14 15 16 weiß na also klar wir kriegen jetzt holz das ist schön das heißt wir werden auch jetzt tatsächlich daher gehen da soll holz rein weil holz werde ich später auch viel brauchen wir werden tatsächlich schon mal unser holz an den bus bringen tatsächlich oder nahezu an den ersten erst mal weil das ist alles bis jetzt nicht optimal sondern das sind mal die ersten produktion das ist noch nichts richtiges jetzt kommt die elektronik assembling maschine endlich so und jetzt wird dann aufgeteilt gleich schon aber jetzt laufen auch sehr viele fabriken schon das passt so elektronik assembling maschinen dann kann ich mir die herstellen die sind wichtig weil ich habe nicht mehr als so viele cirkel dort aber in denen könnte ich die schneller herstellung kann auch schnell das kupfer herstellen so so viel ist jetzt hier gar nicht mehr drin naja die kommen nicht mehr hinterher das ist das problem okay wir warten jetzt erstmal elektrotechnik ist jetzt gleich noch fertig und dann habe ich genug was ich vorbereiten kann und machen muss so war ja wohl schön jetzt haben sie nichts mehr zu tun das soll man weitermachen so was ich habe doch gesucht krass stone ich glaube auch das habe ich schon gesagt versteckt sich hinter der stahlverarbeitung damit kann ich dann krass stone herstellen das ist wegen bio industries und dann kann ich nämlich auch diese bio industries holzverarbeitung machen oder holz zucht die ich auch gern machen möchte aber dazu bei dem krass stone für die nursery ja da kommen lustige sachen stonecrusher und ein scheißdreck kommt da rein aber es wird lustig schnelle greifarme ja wichtig da kommt nämlich der filter der auch der ist auch dabei mit drin der schnelle der lange filternde der schnelle ganz normale lange schnelle cool so dann kommt er kompressor also ein kompressoren wort der bohrer also wasserbohrung jawohl nickel ja gut oxygen und nickel ach so ja natürlich könnte ich dann sogar schon machen weil tatsächlich stelle ich nickel her im chemieofen natürlich deswegen geht es wahrscheinlich auch erst nach dem moment ich stelle es ja gar nicht im chemieofen her ich stelle es im elektro leiser her ich bin ja jetzt nicht mehr moment ich muss ja unterscheiden ich habe ein reines pop paket hier gerade ein paar schöne mods die mir das leben erleichtern gegen aliens später vor allem vor allem juoki davon und ansonsten aber hauptpaket ist bob ich habe kein angel drin hier ich komme viel leichter an nickel das ist schön kriegt daraus wie viel dioxid kann ich schön schön versuche herstellen ist doch prima jawohl nickel dann kommen mich hier schon zu nitinol naja viel später okay dann stahl dann haben wir hier wissenschaftsfallaket für logistik heißt das jetzt das waren früher die grünen wissenschaftspakete automatisierung und einfaches militär ja von wegen einfach da kommen dann schon die richtig lustigen sachen militär 2 panzerbrechende munition enhanced dart ja die sind uninteressant die sind zu schrottig diese darts das bio industrie ist ja ist toll aber nee lass mal granaten ja und da kommen dann mit die lustigen sachen wissenschaftsfallaket für militär also wissenschaftsfallaket für logistik ist dann auch wichtig da kann ich aber auch schon feuerrate erhöhen und auch den physischen schaden jawohl fabrik symbol anzeige um zu sehen was in der fabrik gemacht wird sehr schön vorschaufenster jawohl aber das ist dann sogar schon mit grünen paketen also mit logistikpaket das logistikpaket erfordert greifung und fließband ist es das ganz normale grüne paket so wie früher gut und dann kann man weitermachen so das ist jetzt gefragt ich schaue jetzt erst mal dass ich mir richtig massiv fließbänder hol wenn man geschlafen kommt das erste holz raus barm und die fabriken arbeiten noch weiter ja sie haben noch genug drin schon die nächste runde durch zu jagen die acht stück hier unten neun sogar das ist richtig geil ja also jetzt knallt und dann wird es auch richtig holz geben das ist schön und da kommen schon die nächsten setzlinge so kreislauf funktioniert wir haben ein kp2 mobile erschaffen ich mag diese holzverarbeitung so ab an den bus viel spaß staut sich an da darf sich jetzt nach und nach aufschauen ich hole mein auto und dann hole ich mir fließbänder und dann geht es nämlich los ganz erst mal den bus los dann können wir schon mal automatisieren die ersten theoretisch die ersten wissenschaftspakete nur in der theorie weil in der praxis möchte ich jetzt dann erst was anderes machen und zwar deswegen wollte ich die kleinen maschinen haben in der praxis werden wir jetzt dafür sorgen dass wir uns eine automatisierte produktion von platinen herstellen dazu brauche ich nichts weiter als kupferkabel kupferkabel stelle ich mir her aus kupferplatten in den kleinen maschinen ja und dann holzplatten also holz wie heißt das ding zwischenprodukte wurden bohrt also holz ja holzplatte tatsächlich irgendwie so und dann ich könnte sogar anders herstellen als woodpalp und resin also harz ob es das bringt weiß ich nicht da bin ich nicht so überzeugt davon ne ich glaube das machen wir nicht wir machen das da ganz normales holz woodpalp ist halt ein abfallprodukt aber aus woodpalp kann ich noch irgendwas machen wenn die bioindustries weil hier komme ich nämlich woodpalp raus genau ja klar ich kann resine aus woodpalp herstellen ich kann harz herstellen jawoll dann machen wir das doch so statt aus dem holz machen das aus dem abfall jawoll also das gefällt mir schon wie sau so gut ich möchte noch hier aus den zusatz dinge weil die anderen das sind ja ist ja meine haupt zulieferung in meine ganz normale produktion die lassen wir noch ein bisschen in ruhe knapp 200 so ok bänder wir haben hier keine fließ keine keine dinge mehr keine zahnräder mein gott so ok ein paar bänder hätten wir wir können also loslegen was nicht schlecht wäre wäre dann jetzt auch mal ein paar von diesen gebäuden noch deswegen hatte ich mir vorhin noch stein geholt da haben auch noch mal drei stück so dann sollten wir tatsächlich auch herstellen jetzt erstmal ein bisschen dreckiger handkrafter na wie du so schön gesagt hast meister hallo machen wir den dreckigen handkrafter und stellen uns hier assembling machines her aber ich würde sagen wir stellen uns ganz vorher noch mal dreck als also noch schlimmeren dreckigen handkrafter ein paar von den basic circuit boards her eins zwei drei vier fünf so holz kriegt man mittlerweile auch schön so legen wir mal los ach so irgendwo da könnte man kurz drauf zum kupfer gucken weil da läuft ja auch noch was teile automatisiert ist ich weiß gar nicht ob das überhaupt noch weiterlaufen muss jetzt funktioniert auch mein long reach ich habe mich jetzt der anderen wo man auch drin der hat mir besser gefallen faric ist es den ich drin habe nicht long reach long reach gefällt mir nicht faric ist besser eins zwei drei vier fünf dann kannst du das von mir aus weitermachen den quatsch da ach die gehen alle da unten das ist ja wohl was ich da gemacht habe egal ihr wollt macht ja dein eigenes auto kaputt junge das kannst du am besten und schon wieder was kaputt gemacht hast du ja im baum zusammen gefahren gut zahnräder brauchen wir im prinzip auch ja mit dem wir das abzubauen ist nervig weil die gesagt er kann keine spitzhacken kraften das ist ja mit wegen bobs charakterklasses ist ganz neckig nette idee ich habe die bilder genommen weil ich gesagt habe ich graf sowieso am anfang sehr viel in der hand und deswegen habe ich gesagt nimmst du den bilder aber ja ich habe nicht daran gedacht dass das vielleicht in anderer hinsicht eine relativ dumme scheiß idee ist was soll's was soll's so hauptzulieferung eisen popeisen oder wie war das gehen wir mal runter und zwar bis ganz runter so hier sind wir so da ist mein erstes effektives band am bus liegt dran hier soll dann zahnräder ran ach ja zahnräder auch noch so ein spaß den ich noch gar nicht aktiviert habe also hier hier liegt holz beides wird holz dann hätten wir das nächste warte mal eins zwei drei vier ja so so hier kommt dann meinetwegen was kommt denn dahin zinn brauche ich relativ viel blei aber auch da kommt einer naja gut was heißt relativ viel hm zwei davon nein nein eins jeweils reicht so galena habe ich ja noch gerade doch das habe ich schon runde äh äh solda habe ich ja schon festgelegt das soll ja unter dem ding sein genau das hier soll ja lötsinn sein warum auch immer ich darauf gekommen bin ich habe keine ahnung dann Kupfer Stahl Lötzinn Holz Zinn Blei dann mindestens zwei Lanes voll mit ähm also zwei komplette Lanes ne voll mit Zahnrädern Glas habe ich auch vergessen ach Glas sollte es erstmal gewesen sein genau also erstmal stopp so das heißt das bleibt ja holz hier so hier fehlt was ja falsch rum wäre ein bisschen blöd nur ein bisschen so Holz Blei genau das andere da unten soll nämlich Glas sein muss ich auch noch runter bringen Blei dann hier praktisch Zinn achso ich könnte es ja auch die Roboter machen lassen theoretisch ne hm theoretisch halt äh äh Splice Zinn dann meinetwegen Solder also Lötzinn Lötlegierung ey okay so danach dann endlich Zahnräder und davon eben zwei da brauchen wir zwei Lanes so das wären die das wäre jetzt die Grundversorgung da haben wir immer noch nicht mal die die danach die Schaltkreise und so mit dabei die alle erst da hinten irgendwo hier gefertigt werden mal gucken wo okay soweit sind wir geforscht haben wir auch ein bisschen was das war jetzt genau falsch du Idiot egal ich hätte erst den da unten machen naja ich werde es mir schon irgendwie merken okay okay und das läuft das läuft wie die Pest das läuft gar nicht mehr warum ja weil das gleich voll ist hier ne sobald es hier voll ist ist dann Schluss das kann ja nicht mehr abgetransportiert werden im Moment macht nichts finde ich gut so das heißt aber auch dass diese Produktion hier locker reicht um zwei solche Gewächshäuser zu versorgen vielleicht sogar drei okay na ich würde sagen das machen wir mal so dann bringen wir jetzt hier noch noch ja genau ja passt hier soll also aber ist das richtig bin ich nicht ein bisschen bescheuert ich bin komplett bescheuert wisst ihr warum warum baue ich denn hier so ein Bullshit auf ach doch da ging es mir um die späteren Forschungen dass ich dafür gleich ein Ding habe wenn mehr als zwei Sachen hin müssen ja gut aber dann machen wir das auch für die späteren Forschungen das heißt wir nehmen das ganze Gebäude mal reißen das ab das ist für die späteren ich habe ja voll den Batscher und zwar für das erste brauche ich doch gar nicht so viel was mache ich denn für einen Blödsinn ich brauche doch bloß so hier das zweite anbringen das ganze verbinden so hier ein Teiler so dann die Fabriken aufbauen weil zwei Sachen können die doch wegnehmen von einem das ist doch kein Problem ich habe ja vielleicht eine an der Waffel und das geht auch für die Stufe 2 Pakete noch weil auch die brauchen nur zwei Produkte einfach was habe ich denn da gedacht sag mal keine Ahnung wir haben es korrigiert ich sage vielen Dank fürs Zuschauen keine Bewertung über den Unsinn den ich hier treibe keine Kommentar oder Kommentar über den Unsinn und Bewertung ob das alles so halbwegs in Videoqualität ist wir sehen uns im nächsten Part wenn ich dann eine automatisierte Kabelproduktion herstelle und mir dann aus den Dingern hier Holz mache ach die Wuttenboards stellt mir direkt aus Holz her oder More Config Aha Modfixer weil früher war das eigentlich dass du da zwischendurch das Konstruktionsholz herstellen musstest aber das scheint es jetzt gar nicht zu geben das gibt es gar nicht als Zwischenprodukt ok gut also machen wir es direkt aus Wuttenboards direkt aus Holz machen wir Wuttenboards und eben die Kabel im nächsten Part dann und dann haben wir ja dann sozusagen schon unsere Platine bis dahin wo ist mein Auto hey man wo ist mein Auto da oben